Dieser zu veräußernde 4-Zimmer-Bungalow steht im Erkrat. 1972 wurde dieses Haus erbaut. Das Objekt verfügt über eine Einliegerwohnung und einen Keller. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 464 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 215.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.